Krise, Kopf in den Sand und Debrichstimmung oder Chancen suchen, Chancen finden und wachsen. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 23 Jahren und bis vor kurzem habe ich mit Menschen in meinen Seminarräumen hier vor Ort in Fußnähe gearbeitet, von Angesicht zu Angesicht. Und auch bei mir hat sich das Leben durch die aktuelle Krise extrem verändert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, ich wünsche dir, dass du möglichst wenig direkt betroffen bist in Bezug auf Gesundheit. Aber praktisch, was auch immer du tust, wo auch immer du auf dieser Welt lebst, mindestens indirekt bist du betroffen und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar sehr direkt. Die gegenwärtige Krise, die hat etwas sehr Eigentümliches. Die einen langweilen sich zu Tode, hoffentlich bei bester Gesundheit. Die anderen arbeiten sich zu Tode oder könnten sich zu Tode arbeiten. Manche ringen mit dem Leben und wiederum andere, die wissen einfach nicht, was sie tun wollen, was sie tun sollen, weil sie so etwas eben noch nie erlebt haben. In diesem Video möchte ich dich ein bisschen inspirieren, möchte ich dir ein bisschen Mut machen und vielleicht kann ich dir auch den ein oder anderen Wachstumsimpuls geben. Wie gesagt, bis vor kurzem habe ich mit Menschen vor Ort in meinen Seminarräumen gearbeitet. Ich bin Selbstbewusstseins-Trainer mit Leib und Seele. Das Gute bei der Art und Weise, wie ich mein Business aufgesetzt habe, das ist, dass ich bereits im Jahr 2000 angefangen habe, eine erste Webseite online zu stellen, früher als die allermeisten anderen. Und seit dem Jahr 2003 bin ich in der genialen Lage, von meinen Umsätzen übers Internet zu leben. Wie gesagt, ich habe primär mit Menschen vor Ort gearbeitet, aber habe diese Menschen eben übers Internet gewonnen. Das, was im weitesten Sinn super gut funktioniert, ist das Internet. Dieses Video oder eventuell dieses Audio als Podcast ist dir übers Internet zugänglich geworden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit schaust du jetzt online oder hörst jetzt online oder hast es dir eben übers Internet runtergeladen. Wohin strömen die Menschen, wenn draußen die Krise tobt und aufgrund von Kontaktverbot keine menschlichen Kontakte möglich sind? Ins Internet. Und das Internet und damit die digitale Welt wird tendenziell von dieser Krise profitieren. In einem noch nie dagewesenen Rahmen zeigt sich gerade, wie sehr das Internet die Welt am Laufen hält. Wie super gut relativ gesehen das Internet, Menschen in die Lage versetzt, in Kontakt bleiben zu können. In manchen Familien ist es so, dass zum Beispiel nur durch eine Tür getrennt ein schwerkranker Mensch da liegt, den es um alles in der Welt davor zu schützen gilt, sich anzustecken. Und so ist es in manchen Haushalten so, dass obwohl man nur von einer Tür getrennt ist, der Kontakt trotzdem primär über irgendwelche Online-Medien erfolgt. Und so kann man gefahrlos miteinander in Kontakt bleiben, gleich ob man sich nah wohnt oder ob die Lieben sich auf der anderen Seite der Erde befinden. Je nachdem, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du Beamter bist und je nachdem, was genau du bisher beruflich getan hast, kann es sein, dass sich im Wesentlichen an deiner Berufstätigkeit nichts geändert hat. Es kann sein, dass du nicht mehr ein noch aus vor lauter Arbeit weißt. Es kann sein, dass du dich zu Tode langweilst, weil du entweder nicht arbeiten darfst oder weil deine Umsätze weggebrochen sind und du im Moment keine Möglichkeit siehst, auf eine neue Weise Umsätze zu generieren. Wenn du in der tendenziell glücklichen Situation bist, über genügend viel freie Zeit zur Verfügung, ganz gleich, ob das selbst gewählt ist, diese freie Zeit oder sozusagen von höherer Stelle verordnet wurde, dann bist du prinzipiell in der Möglichkeit, dich weiterentwickeln zu können, dich umorientieren zu können, privat, vor allem aber auch beruflich. Als ich vor rund 20 Jahren anfing, meine erste Website online zu stellen, da war das so eine Mischung aus Neugierde, Experimentierfreudigkeit, Hoffnung und Pioniergeist. Es war für mich ein total erhabenes Gefühl, als meine erste Website online war. Und wie weit ich meiner Zeit voraus war, das war mir damals überhaupt gar nicht bewusst. Im selben Jahr habe ich meinen ersten Seminarplatz übers Internet verkauft und ich kann dir sagen, das war einfach nur geil. Am liebsten wäre ich im Dreieck über alle Tische, über alle Bänke gehüpft. So begeistert war ich, denn ich wusste, das ist ein Dammbruch. Ein allererster Seminarplatz war verkauft. Und ich habe damals kein Online-Marketing gebraucht. Das war im Wesentlichen eine Website, praktisch wie ein Plakat. Seminar so und so, dann und dann, dort und dort, Anmeldung über Telefon so und so oder E-Mail-Adresse so und so, Preis so und so. Melden Sie sich jetzt per E-Mail oder per Telefon an. Und eines Tages kam eine E-Mail-Adresse. Da stand sinngemäß drin, sehr geehrter Herr Schwemm, hiermit möchte ich mich zum XY-Seminar am Z-Datum anmelden. Und das war der Beginn meines Hybrid-Business. Hybrid, weil einerseits digital übers Internet und andererseits mit Menschen eben vor Ort. Im Jahr 2016, da hatte ich mein erstes Online-Training ins Netz gestellt und ich war euphorisiert. Ich konnte eine Woche lang vor lauter Begeisterung fast nicht schlafen. Und ich habe mehrere Monate darauf verwandt, ein Online-Training ins Internet zu stellen und noch eins und noch eins und noch eins, während ich meine Workshops vor Ort weiter praktiziert habe. Und dabei ist mir bewusst geworden, Online hat zwar geniale Möglichkeiten, aber was mich anbelangt, ich möchte einfach mit echten Menschen vor Ort arbeiten. Ich habe aber die Online-Trainings-Schiene weiter praktiziert. Ich habe mich dann immer mehr mit Online-Marketing auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ich war jetzt in der glücklichen Situation, als quasi Ausgangssperren, Kontaktsperren und Co. verhängt wurden, einfach mein Angebot zu verändern. Und jetzt coache ich eben im Moment per Videocall, beziehungsweise jetzt helfe ich Menschen erstmals im Internet Geld zu verdienen, sich selbstständig zu machen oder Unternehmern, denen Teile vom Umsatz weggebrochen ist oder der ganze Umsatz, zeitnah neue Einkommensquellen übers Internet zu erzielen. Dann gibt es Menschen, die Probleme haben, die man teilweise über das Internet lösen kann. Beobachte dich einfach mal selbst, was du im Moment so Tag für Tag tust und zähl mal die Stunden zusammen, die du im Internet verbringst, ganz gleich aus welchem Grund. Und jetzt weiß ich aus der Erfahrung heraus, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, über das Internet Geld zu verdienen. Das ist ja viel zu kompliziert. Ja, da brauche ich ja eine Ausbildung, da brauche ich ja einen speziellen Computer, da brauche ich ja eine Ausbildung zum Designer, da muss ich ja programmieren können, da brauche ich ja eine teure Kamera, da brauche ich ein teures Mikrofon, alleine geht es sowieso nicht. Ich bin ja gar kein Influencer, ich habe keinen YouTube-Kanal, ich kenne mich auf Instagram nicht aus, ich bin ja auf Facebook nur privat unterwegs und, 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 und. Das sind so die gängigen Alibis gegen die Betätigung im Internet. Und ob du dich gewerblich im Internet betätigst oder nicht, das liegt im Wesentlichen bei dir. Und wenn du beruflich im positiven Sinn gut ausgelastet bist, dann ist alles wunderbar, zumindest, wenn die weiteren Rahmenbedingungen für dich eben auch passen. Und passen aber gewisse Rahmenbedingungen nicht, arbeitest du zum Beispiel mit Kolleginnen, mit Kollegen zusammen, mit denen du gar nicht zusammenarbeiten magst, stimmen die Arbeitszeit nicht, stimmen das Gehalt nicht oder wenn du selbstständig bist, deine Einnahmen. Hast du keine Lust mehr, nach der C-Krise wieder ins Auto zu steigen, in den ÖPNV, ja, um ein paar Dutzend oder vielleicht sogar 100, 200 Kilometer weit zu deiner Arbeitsstelle zu fahren, zu Kunden zu fahren und, und, und. Dann ist vielleicht jetzt der passende Zeitpunkt gekommen, dir das bewusst zu machen, um dich vielleicht allmählich mal zu orientieren, zu informieren, um dich allmählich vielleicht neu auszurichten. Früher war es so, man brauchte eine Website, im Regelfall brauchte man einen eigenen Blog und, und, und. Und früher dauerte es im Regelfall, sagte man zumindest, zwei, drei Jahre, in denen man nichts verdient hatte, weil, so glaubten die allermeisten, man erst mal Vertrauen aufbauen müsste. Und ich spreche ganz bewusst im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform, denn das Internet hat sich ganz grundlegend gewandelt. Die allermeisten Menschen, die heute aber im Internet unterwegs sind und noch nicht davon leben, und viele, die planen, im Internet unterwegs zu sein, die glauben immer noch, man müsste ein, zwei, drei Jahre lang irgendwelche super tollen Inhalte liefern, Videos machen, Dinge posten auf Instagram, auf Facebook, auf einem eigenen Blog, Audios machen und, 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 damit dann irgendwie irgendwann auf magische Weise plötzlich das Geld übers Internet kommt. Wenn du weißt, wie, oder wenn du jemanden an der Hand hast, der dir zeigt, wie, und dann kann dein erstes Geld übers Internet innerhalb von 24 Stunden kommen. Du brauchst dazu im Wesentlichen drei Dinge. Eins, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und eine ganz einfache Dienstleistung ist zum Beispiel, du schenkst Menschen dein Ohr. Und du musst dazu weder Arzt sein, noch Psychotherapeut, noch sonst irgendetwas, um Menschen dein Ohr schenken zu dürfen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, ja, wer möchte denn, dass ich ihm ein Ohr schenke, oder wie kann ich mein Ohr vermieten, und wie soll er mich überhaupt finden? Es steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist erst mal eine Dienstleistung, die du anbieten kannst, wenn du mindestens ein gesundes Ohr hast. Sinngemäß dasselbe kannst du aber auch per Schreiben tun oder auch per Videocall. Also du kannst dich mit Menschen austauschen. Du kannst so was wie ein Freund werden, ein Vertrauter von diesen Menschen, der dich dafür bezahlen kann. Ja, wie du den findest, steht auf einem anderen Blatt. Du kannst Menschen etwas vorlesen. Alten Menschen, jungen Menschen, gesunden Menschen, kranken Menschen. Du kannst Geschichten erzählen. Du kannst Witze erzählen. Und, und, und. Das sind einfach mal so ein paar naheliegende Dinge, die du tun kannst, um warm zu werden. Bist du irgendwie Yoga-Lehrer, kennst dich mit Ernährung gut aus, kennst dich mit Inneneinrichtung gut aus, zeichnest gern, malst gern, musizierst gerne, singst gerne, ja, und schwuppdiwupp sind weitere Geschäftsmöglichkeiten da. Insofern, du brauchst, wie gesagt, ein Produkt oder eine Dienstleister. Das zweite, was du brauchst, ist eine Möglichkeit, dass die Leute auf dich aufmerksam werden. Das kannst du direkt machen, indem du meinetwegen deine Freunde, deine Bekannten anschreibst, die gleichzeitig bittest, das weiterzureichen, das zu teilen, oder du gehst über die sozialen Netzwerke, oder du beginnst, dich einfach damit zu befassen, wie man im Internet Werbung schaltet. Und Werbung im Internet, ja, die beginnt im Grunde genommen bei einem Euro pro Tag. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Werbung im Internet zu schalten, beginnt irgendwo bei einem Euro pro Tag. Ja, kannst du statt einem Euro pro Tag zwei Euro erübrigen, dann sind deine Lerneffekte doppelt so schnell. Und mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit kannst du aber auch pro Tag drei Euro oder vielleicht fünf Euro erübrigen. Und damit bist du gerade am Anfang super gut aufgestellt. Gerade am Anfang ist es oft verführerisch zu denken, Mensch, ich halte Werbung, ja, ich habe da noch was Erspartes, ich gebe da jetzt mal 500 Euro raus. Und da gilt eben leider nicht, zumindest am Anfang nicht, je mehr Geld du in Werbung steckst, desto mehr Einnahmen machst du. Sondern gerade am Anfang gilt, ein klein bisschen Werbung schalten, gucken, was passiert. Wenn es funktioniert, dann ein klein wenig erhöhen, größenordnungsmäßig um 10% erhöhen pro Tag. Ja, das ist so eine grobe Daumenregel, hängt aber ganz extrem von den Plattformen ab. Es gibt Plattformen, da reißt sozusagen die Werbung, die funktionierende Werbung ab, wenn du zu stark erhöhst. Und es gibt Plattformen, da kannst du verzehnfachen, verhundertfachen, verhunderttausendfachen, wenn du die Kohle hast. Und es kann sein, dass es dann trotzdem funktioniert, je nachdem. So, und sagen wir mal, du bist da auf einer Plattform unterwegs, wo du nur um 10% erhöhen kannst. Das bedeutet dann Tag 1, 1, einen Euro und wenn es läuft, am Tag 2, einen Euro 10, ja, 10% drauf. Und wenn es läuft, am Tag 3, ja, nochmal 10% drauf. Das sind dann 21 Euro, wenn ich, äh, nein, 11 Cent, die drauf kommen, dann bist du bei einem Euro 21. Ja, und nochmal 10% drauf am Tag 3 und dann bist du bei, äh, 12 Cent drauf. Das ist dann 1,33 Euro, wenn es läuft, wie gesagt. Und das ist auch nur, ja, so eine ganz grobe Hausnummer, damit dir eben klar wird, du musst nicht Haus und Hof verpfänden, damit du im Internet Werbung schalten kannst. Wenn du dir das selbst beibringst, diese Werbung zu schalten, dann musst du mit mindestens ein paar Wochen Lehrzeit, Lernzeit rechnen und mit einem entsprechenden Budget, was du einfach brauchst. Mit geringer Wahrscheinlichkeit funktioniert es sofort von Anfang an, wobei das Internet ist voll von super tollen Video-Tutorials, die es dir zeigen, aber nicht jeder, der von sich behauptet, der ist ein Experte, der ist ein Experte und insofern nicht alle, ja, super tollen Video-Tutorials funktionieren. Aber du hast einen Kopf, ja, zwischen den Ohren ist ein Gehirn eingebaut und insofern vertraue einfach weiterhin deinem gesunden Menschenverstand und hinterfrage konstruktiv, was derjenige, von dem du das Video-Tutorial oder was auch immer dir anschaust, sagt und checke vor allem die Zahlen. Praktisch überall, wo du die Möglichkeit hast, Werbung zu schalten. Und wie gesagt, wir reden ab einem Euro pro Tag an Budget. Überall da, wo du die Möglichkeit hast, Werbung zu schalten, sind im Regelfall Statistik-Tools eingebaut, sodass du zum Beispiel sehen kannst, wie viele Leute haben irgendwo draufgeklickt, wie lang waren die Leute auf irgendeiner Seite oder haben sich ein Audio angehört oder haben sich ein Video angehört und ganz gleich, ob du schon mal Videos gedreht hast oder schon mal ins Internet hochgeladen hast oder ob du schon mal irgendwie Audios aufgenommen hast oder ob du schon mal irgendwas geschrieben hast, das spielt im Kern alles überhaupt gar keine Rolle, denn du kannst nur besser werden, wenn du anfängst. Und der schlechteste Blogpost, den du jemals geschrieben haben wirst, das schlechteste Audio, was du jemals eingesprochen haben wirst, das schlechteste Video, was du jemals produziert haben wirst, das ist dein erstes. Und bereits dein zweites wird besser sein und dein drittes wird noch besser sein. Und in deinem zwanzigsten Video, in deinem dreißigsten, in deinem fünfzigsten, da wirst du dich selbst kaum noch wiedererkennen, weil du besser geworden bist, besser geworden bist, besser geworden bist. Das ist das ganz normale Grundprinzip des Lernens. So, das ist also das Zweite, was du brauchst. Irgendeine Möglichkeit, wie Menschen auf dich aufmerksam werden. Ich fange nochmal vorne an. Du brauchst ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung. Du brauchst eine Möglichkeit, wie Menschen auf dich aufmerksam werden können. Ja, und das Dritte, was du brauchst, das ist halt eine Möglichkeit, wie die Menschen an dich bezahlen können. Und da gibt es das ganz Klassische. Du schreibst eine Rechnung notfalls von Hand, schickst die Rechnung notfalls per Post an diese Menschen. Oder du gehst einen Schritt weiter, machst es per E-Mail. Oder du gehst noch einen Schritt weiter und nimmst irgendeinen Zahlungsanbieter. Und auch da gilt, ganz gleich, ob du das schon jemals gemacht hast oder nicht. Ja, vom Prinzip her ist es recht einfach. Es hat gewisse Parallelen dazu, ein Girokonto bei der Bank vor Ort zu eröffnen. Und was du dann im Regelfall noch brauchst, das ist so etwas wie ein Link, über den derjenige dann geht, oder so etwas wie ein Button. Und irgendwo stellst du eben den Preis ein. Und ich hangel mich jetzt einfach mal an dem Beispiel weiter, dass du zum Beispiel Menschen etwas vorliest. Und sagen wir mal, du bietest diese Dienstleistung an für 20 Euro pro Viertelstunde. Und da du dich nicht vierteilen möchtest, kann es Sinn machen, dass du noch ein weiteres Tool hinzuziehst, nämlich einen Online-Buchungskalender. So, dass Leute gucken, wann du noch Zeit hast. Die tragen sich dort ein. Weil die sich dort eingetragen haben, schlägt sich dieser Termin automatisch auf deinen Online-Buchungskalender durch. Und damit ist praktisch dein Vorlese-Business komplett eingerichtet. Du brauchst dafür keine Heizkosten zu bezahlen, du brauchst dafür keine Putzfrau, du musst dafür keine Miete zahlen. Du brauchst kein spezielles Inventar, sondern das, was du brauchst, hast du sowieso. Vorlesen kannst du über dein Smartphone, über dein Tablet, über deinen Laptop, über deinen PC. Beim PC brauchst du vermutlich noch ein separates Mikro dazu, aber ein Mikro kostet irgendwo so zwischen 30 und 100 Euro. Du kannst auch 3.000 oder 10.000 Euro loswerden. Das bringt dir aber überhaupt gar nicht mehr, außer mehr Ausgaben. Ein 70-Euro-Mikro, um eine Hausnummer zu nennen, damit bist du bestens bedient. Damit kannst du ein richtig großes Business hochziehen. Das technische Equipment ist heute so super gut. Deine Handycam, die hat wahrscheinlich mehr Power, als du brauchst. Und wie gesagt, mit einem 70-Euro-Mikro als Beispiel kannst du ein wunderbares Business hochziehen. Ich habe zum Beispiel etliche Hörbücher im Handel. An meinem PC habe ich ein Studiomikrofon. Das kostet so um die 600 Euro. Und meine Hörbücher, die ich im Handel habe, spreche ich mit einem 70-Euro-Mikrofon ein. Warum nehme ich nicht das teure Mikrofon für die Hörbücher? Ich möchte hier nicht auf die Details eingehen. Die Kurzantwort lautet, mein 70-Euro-Mikro, was ich da habe, ist für das Einsprechen von Hörbüchern besser geeignet. Und mit meinem Studiomikrofon hier draußen wäre ich auch schlecht bedient. Dieses Mikro, was ich hier habe, das hatte, als ich mir das gekauft habe, 5 Euro gekostet. Ich habe mir aber nicht ein 5-Euro-Mikrofon gekauft, weil ich geizig bin, sondern ich hatte davor ein Ansteck-Mikro, das hat so um die 100 Euro gekostet, weil ich dachte, naja, ich will nicht das Billigste, ich will was Gescheites. Und weil ich mich nicht auskannte, habe ich mich halt am Preis orientiert und habe dann eins für 100 Euro gekauft. Und ein Bekannter von mir, der einen großen YouTube-Kanal hat, der Musiker ist, Musik studiert hat, der ein ausgezeichnetes Gehör hat, der hat einfach unterschiedliche Mikros gegeneinander ausgetestet, hat also jeweils dasselbe per Mikro aufgezeichnet und hat diese Spuren ins Internet gestellt. Und so kann man hören, Mikro 1, Mikro 2, Mikro 3 und so weiter und so fort. Und er selbst hat seine Einschätzungen auch dazu geschrieben. Und siehe da, dieses Mikro, das hat unter den Krawatten-Mikros, die er damals getestet hatte, in der Preisklasse zwischen ungefähr 5 Euro und was weiß ich, 130 Euro, am besten abgestetten. Mittlerweile ist der Preis von diesem Mikro extrem gestiegen. Es kostet jetzt keine 5 Euro mehr, sondern 5,70 Euro. Und dieses Knäuel, diesen Bausch, der da drauf ist, dieses Wollknäuel, das kostet dann nochmal 1 Euro, dann 1,50 Euro mehr. Und das dient dazu, die Windgeräusche niedrig zu halten. So, insofern dieses Mikro hier, 8 Euro größenordnungsmäßig. Die Kamera, die ich hier benutze, ist nicht meine Handycam, ist nicht mein Smartphone. Ja, mein Smartphone ist in meiner Jacke hinter mir. Mein Smartphone hat eine höhere Aufnahmequalität als die Kamera, die ich jetzt hier benutze. Die Qualität von der Kamera ist aber vollkommen ausreichend. Und das ist so eine Handycam, ja, wie man die früher hatte oder heute immer noch hat. Preisklasse 200 Euro. Und die hat ein paar Vorteile gegenüber der Handycam, gegenüber der, gegenüber meinem Smartphone. Obwohl die Qualität von meiner Smartphone-Kamera höher ist. Ich will aber nicht auf die Details reingehen. So, und ansonsten habe ich hier zum Beispiel so ein Audioaufnahmegerät, weil für praktisch alle Smartphones, für alle Handycams, für alle Laptops gilt, dass im Regelfall ein 5 Euro externes Mikro meistens eine dramatisch bessere Audioqualität liefert als das eingebaute. Wobei, du brauchst kein separates Audioaufnahmegerät, wie ich es mache. Ja, ein separates Gerät hat gewisse Vorteile, hat aber auch, ja, es braucht dann ein, zwei Bearbeitungsschritte mehr. Ja, wenn du ein gutes Handy hast, im Grunde genommen ganz gleich, ob in der Android-Welt oder in der Apple-Welt, dein Handy und ein Ansteckmikro. Ja, und dann bist du der König unter den Videoproduzenten. Vom Prinzip her, mehr brauchst du nicht. Insofern, ja, wenn du Videos drehen willst, investiere noch in so ein Mikro. Schreib mich an, was das für eins ist, dann packe ich dir den Link unter das Video oder unter das Audio oder, ja. So, weil, nicht weil das Mikro billig ist, ist das gut, sondern dieses billige Mikro ist gut und umgekehrt nicht, weil ein Mikro teuer ist, ist das gut, sondern manche teure sind gut und andere teure sind eben nicht gut. und es hängt halt immer vom konkreten Gerät ab. Ja, ich setze jetzt hier in dieser Umgebung und mache jetzt dieses Video für dich und vordergründig betrachtet verdiene ich damit kein Geld. Und weil ich das schon seit einer ganzen Weile tue, weiß ich, ich verdiene damit sehr wohl Geld. Ob von dir oder von jemand anderem, spielt für mich statistisch gesehen keine Rolle. Denn ich weiß, wenn genug Menschen dieses Video sehen oder dieses Audio hören, dann ist der ein oder andere dabei, der kontaktiert mich dann. Manche, wenn sie mich zum ersten Mal sehen, andere, nachdem sie zum Beispiel jahrelang meinen Newsletter abonniert hatten, auf meinem YouTube-Kanal unterwegs waren, wie auf Insta gefolgt sind, auf Facebook oder wo auch immer. Wenn du jetzt neu im Online-Business bist oder neu ins Online-Business einsteigen möchtest, dann ist dir damit natürlich nicht gedient, dass du Videos sozusagen aufs Geradewohl machst, in der Hoffnung, damit irgendwann Geld zu verdienen. Wobei ich bin in einer anderen Position als du. Ja, ich habe viele Seiten im Internet, viele tausend Seiten. Ich habe hunderte von digitalen Produkten im Internet, die mir alle ein paar Cent verdienen. Rund um die Uhr. Ich war vor kurzem im Fernsehen, vor wenigen Tagen, um präziser zu sein. Als das mit der aktuellen Krise losging, in mir selbst, war in den ersten Tagen so eine Genervtheitsphase, weil ich den Eindruck hatte, das wird alles viel zu hoch gespielt. Und allmählich habe ich dann realisiert, okay, das hat sehr, sehr weitreichende Auswirkungen. Das hat weltweite Auswirkungen. Und dann habe ich in meinem Umfeld wahrgenommen, Angst, Panik, Shutdown, Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren, Bilder von Schwerstkranken, Bilder von Toten, Bilder von Särgen, Bilder von Ärzten, die total überarbeitet, eingeschlafen sind, von Pflegern, von Pflegerinnen und, und, und. Du kennst diese Bilder. Ich bin zum Glück ziemlich krisenerprobt. Unter anderem bin ich zwölf Jahre lang Rettungsdienst gefahren. Da habe ich einiges erlebt. Und weil ich offenen Auges, offenen Ohres, offenen Herzens durch die Welt gehe, dachte ich, okay, als das mit der Angst, mit der Panik losging, da will ich was dagegen setzen. Und dann habe ich kurz überlegt und habe beschlossen, ja, ich produziere die Anti-Corona-Virus-Hypnose. Und diese Anti-Corona-Virus-Hypnose, die habe ich nicht von ungefähr so getauft, sondern zu einem Zeitpunkt, wo man den Begriff SEO-Suchmaschinenoptimierung noch nicht kannte, habe ich schon Suchmaschinenoptimierung betrieben. Ich habe mir das selbst beigebracht, rausgefunden, durch Lernen, durch Versuch und Irrtum. Ja, und als das Coronavirus bekannter wurde, jeder hat nach Coronavirus gesucht. Und mir war klar, ich will was gegen, zwar nicht direkt gegen das Virus, aber du weißt, was ich damit meine, also war klar, Anti-Corona-Virus und weil es eben eine Hypnose werden sollte, Anti-Corona-Virus-Hypnose. Ja, vor ungefähr 14 Tagen hatte ich dieses Audio dann in den großen Online-Shops, ja, überall auf dieser Welt. Zwei Tage, ja, zwei Tage dauerte es, und vormittags hat ein erster Fernsehsender bei mir angefragt per E-Mail, ob ich bereit dazu wäre, noch am selben Tag ein Videointerview zu meiner Anti-Corona-Virus-Hypnose zu geben. Ich habe dann erst mal das Umfeld abgecheckt, weil ich sicherstellen wollte, ja, dass das nicht irgendeine Sendung ist, wo das Ganze down gemacht wird, wo das Ganze belächelt wird. Dazu hatte ich keine Lust. Und als ich den Eindruck hatte, ja, scheint seriös zu sein, ja, über ein MDR. Und dann habe ich dem zugestimmt. Und wie gesagt, taggleich hat dann das Videointerview über das Internet stattgefunden. Derjenige, der mich interviewt hat, habe ich dann recherchiert, Geschäftsführer von der Fernsehproduktionsgesellschaft. Ja, das schien alles Hand und Fuß zu haben. Das war dann donnerstags. Und geplanter Sendetermin, Dienstag darauf. Und tatsächlich, an diesem Dienstag darauf, da kam dann meine Anti-Corona-Virus-Hypnose im MDR. Das heißt, ab dem Tag, wo meine Hypnose in den Online-Shops zugänglich war, bis zu dem Tag, wo erstmals wissentlich, von meiner Seite aus, im Fernsehen über mein neuestes digitales Produkt berichtet wurde, vergingen gerade mal sieben Kalendertage. Und ungefähr zwei Tage später bekam ich eine weitere Anfrage, dieses Mal von einem Radiosender, ob ich bereit dazu wäre, am selben Abend bei einem Live-Talk dabei zu sein. Ja, was ich bejaht hatte. Das Spannende war dann, es gab dann ein technisches Problem. Es war geplant zunächst, dass mein Beitrag, mein Live-Beitrag, gegen 20.20 Uhr abends stattfinden sollte. Und aufgrund von einem Computerproblem zögerte sich das dann ein bisschen raus. Und dann aber 20.42 Uhr oder sowas war ich dann eben live per Handy, weil aufgrund von technischen Problemen beim Radiosender das Festnetz nicht über den Computer von denen irgendwie angesteuert werden konnte. Bei uns ist das Handynetz allerdings relativ dünn. Für mich war dann die große Herausforderung, die Fragen von diesem Radiomoderator überhaupt zu verstehen. Ich selbst war im Radio offenbar sehr gut zu hören, konnte aber weder den Moderator der Sendung noch eine Ärztin, die in diesem Live-Talk mit dabei war, gut verstehen. Habe aber offenbar die Fragen ziemlich gut verstanden, richtig verstanden. Ja, und die, die sich eben zugeschaltet hatten aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die hatten ja dann eben berichtet, dass das richtig gut ankam. Warum erzähle ich dir das? Dass ich im Fernsehen war, man könnte sagen, es war Zufall. Ich bin aber fest davon ausgegangen, dass das so sein wird. Denn bevor ich diese Hypnose konzipiert hatte, habe ich mal geschaut, unter Anti-Coronavirus-Hypnose, gibt es da auf YouTube schon Suchtreffer? Nein, es gab noch keine. Ich habe auf Amazon geschaut, gab es da schon Suchtreffer? Nein, es gab noch keine. Und ich habe noch bei ein paar anderen Stellen geschaut. Und ich habe vor allem auch geschaut, ist die Domain Anti-Coronavirus-Hypnose.de noch frei? Ja, sie war noch frei. Und ich habe dann auch geguckt, Anti-Corona-Hypnose, Corona-Hypnose, und so weiter und so fort. Alles, wonach ich gesucht hatte, war noch frei. Ich habe mir diese Domains alle gesichert, weil, was macht jemand, der im Radio oder im Fernsehen von der Anti-Coronavirus-Hypnose hört? Ja, im Fernsehen, da gibt es keinen anklickbaren Link. Im Radio gibt es auch keinen anklickbaren Link. Also, wenn einen das interessiert, merkt man es sich sinngemäß. Und dann gibt man es halt in die Suchmaschine seiner Wahl ein. Und viele, und das weiß ich, weil ich mich damit schon seit einer ganzen Weile befasse, die sich im Internet immer noch nicht auskennen, die tippen das ein. Ja, die tippen dann ein Anti-Corona-Hypnose.de, obwohl die Hypnose Anti-Corona-Virus-Hypnose.de heißt. Das heißt, sie tippen sie eigentlich falsch ein. Und weil ich das weiß, weil ich damit gerechnet habe, habe ich mir eben alle möglichen Domains gesichert. Und die leiten alle auf Anti-Corona-Virus-Hypnose.de um. Mit Bindestrichen, ohne Bindestrichen. So, es mag sein, dass dich diese Details jetzt langweilen. Wenn du aber vorhast, dir ein digitales Online-Business aufzubauen, dann kann es sein, wenn das gerade in diesen Details viel Geld drin steckt. Denn wenn jemand eine URL eintippt, die entweder gar nicht existiert oder die nicht auf dein Produkt verlinkt, ja, dann ist das eine vertane Chance für dich. Dann verschenkst du da Geld. Und insofern reiche ich dir an meinem realen, funktionierenden Beispiel rüber, was man da zum Beispiel so beachten kann. Jetzt möchte ich dich da aber nicht mit weiterem Internet-Know-how zutexten. Seit ganz kurzem habe ich ein weiteres digitales Produkt am Start, was für dich kostenlos sein wird. Und zwar, das ist ein Podcast. Ich weiß nicht, ob dir Podcast was sagt oder nicht. Spielt aber keine Rolle. Letzten Endes ist das was, was du hören kannst, was du kostenlos hören kannst, was du dir runterladen kannst. Und dieser Podcast, den findest du unter mentortalk.de Mentor, ja, M-E-N-T-O-R Mentor Talk, ja, T-A-L-K Mentor Talk .de Und dazu ein Stück der Background-Story. Vor ungefähr einer Woche bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, ich hätte Lust, ein bisschen mehr Mentoring zu machen und zwar in der Öffentlichkeit oder erstmals Mentoring in der Öffentlichkeit zu machen. Bisher habe ich das halt immer mit meinen Mentees persönlich vor Ort gemacht oder per Telefon oder per Videocall, im Regelfall mit einer bunten Mischung aus allem. Und weil ich in der letzten Zeit mich mehr mit Podcasts befasse, ja, ich habe zum Beispiel den selbstbewusstsein podcast.de herausgebracht, über den kannst du dir übrigens die Anti-Corona-Virus-Hypnose kostenlos runterladen, ja, geh auf selbstbewusstsein podcast.de und so wie ich dir jetzt diese URL, diese Domain rüberreiche, ja, selbstbewusstsein podcast.de mache ich sozusagen Werbung ohne Werbung zu machen und es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten. A, es interessiert dich nicht, dann tippst du es nicht ein oder B, es interessiert dich für dich selbst, dann tippst du es ein, ja, es bietet dir Nutzen, es ist kostenlos und eventuell kommt C dazu. Du kennst auch andere, die das interessieren könnten und du reichst es an die weiter und damit hilfst du mir Reichweite zu gewinnen, ja, ich erreiche damit mehr Menschen und gleichzeitig hilfst du dir und deinen Freunden und Bekannten, dass die eben auf den selbstbewusstsein podcast.de aufmerksam werden, über den sie sich die Anti-Corona-Virus-Hypnose runterladen können oder wenn du es gerne in einem Shop erwerben möchtest, dann geh auf Anti-Corona-Virus-Hypnose, Anti-Corona-Virus-Hypnose.de genau, da ist ein Link auf den Shop, da kannst du dir das Audio dann über den Shop runterladen. So, irgendwas wollte ich dir noch erzählen? Genau, ja, die Background-Story oder ein Teil der Background-Story zu Mentor-Talk.de gleich nach einem Schluck aus meiner Thermoskanne. Solltest du übrigens in Zukunft mehr sprechen, dann solltest du mehr trinken, weil das die Stimmbänder austrocknet. Ich hatte das Glück, dass im Jahr 2012 einer der größten Hörbuchverlage mich kontaktiert hatte mit der Fragestellung, ob ich denn kein Hörbuch zu meinem Herzensthema Selbstbewusstsein, Selbstbewusstseinstraining in den Handel bringen wollte und tatsächlich hatte ich diese Idee schon seit einigen Jahren und in diesem Sinn ist dieser Hörbuchverlag bei mir offene Türen eingerannt. Ich war der Erste in diesem Hörbuchverlag, in diesem sehr großen Hörbuchverlag, der ein Hörbuch zum Thema Selbstbewusstsein rausgebracht hat. Es lief auch vom Fleck weg gut und ich hatte das große Glück, dass ich von den Profis von diesem Hörbuchverlag vor Ort bei denen im Tonstudio hineingekoacht wurde in die Fähigkeit, in die Kompetenz Hörbücher reinzusprechen. Ja und tendenziell nach jedem Absatz gab es dann vom Toningenieur, der draußen saß und mir Feedback gegeben hat, einen Hinweis, ich soll doch noch mal einen Schluck trinken, meine Stimme hört sich so trocken an, ich soll noch einen Schluck trinken und ich war ganz überrascht, wie groß tatsächlich der Unterschied ist, wenn man das Gehör so ein bisschen dafür trainiert hat Ja, hier trinke ich jetzt eigentlich viel zu wenig, aber ich will dir nicht ständig den Becher meiner Thermoskanne hier in die Kamera halten. Ja, ein Teil der Background-Story zu meinem Mentortalk.de Vor wenigen Tagen bin ich über eine Werbung auf Facebook gestolpert und zwar und zwar ein Fitness-Trainer, der Live-Sessions angeboten hat. Jetzt ist es so, ich bin sportlich unterwegs, ich laufe gerne, aber mit Fitnessstudios habe ich überhaupt gar nichts am Hut. Insofern hat mich an dieser Werbung nicht Fitness-Trainer, Fitnessstudio angesprochen, sondern mein Eindruck war, dass das ein pfiffiger Fitness-Trainer ist, der die Zeichen der Zeit erkannt hat und über diese Werbung dabei war so meine Mutmaßung, das mutmaßlich geschlossene Fitnessstudio, in dem er eben mutmaßlich kein Geld mehr verdienen kann, ersetzen zu wollen, indem er eben live und online, also online und live, Fitness-Sessions anbietet. Ja, das war meine Mutmaßung und was habe ich gemacht? Ich habe ihn kontaktiert und habe ihn gefragt, ob er Lust hätte für ein Live-Interview zu seiner gemutmaßten Geschäftsidee. Er wiederum dachte, ich wollte ihm irgendwas verkaufen oder so, es hat sich dann aber schnell herausgestellt, passt und wir hatten dann zunächst einen einstündigen Videocall, wo wir uns so wechselseitig beschnuppert hatten und da hat sich dann herausgestellt, ja, er ist auch ein gestandener Mann, hat viele Jahre lang Leitungsfunktionen in der Baubranche gehabt, in meiner Vergangenheit gab es auch intensive Berührungspunkte mit der Baubranche und so weiter und ja, er hat tatsächlich vor wenigen Tagen sehr erfolgreich sein vor Ort Fitness, Gesundheit, Krafttraining, Ausdauercoaching auf live und online umgestellt und es hat sich gezeigt, er ist sowieso auch schon seit Jahren in der Mentorrolle drin und dann war die Idee sofort geboren, wir machen diesen mentortalk.de gemeinsam, er, Markus heißt er, als Mentor, ich als Mentor, hin und wieder werden wir Talkgäste einladen und hin und wieder werden wir Mentees einladen, die wir dann eben teilweise live, teilweise aufgezeichnet, also coachen und wo du dir die Quintessenz rausziehen kannst, denn der mentortalk.de der wird kostenlos zugänglich sein, überwiegend als Audiospur, teilweise werden wir aber auch Videos machen und wenn du prinzipiell Interesse dran hast, in deiner Persönlichkeit zu wachsen, in Bezug auf Fitness vielleicht ein bisschen motivierter zu sein und vor allem, wenn du neugierig bist, Interesse drauf hast, möglicherweise ein Online-Business aufzusetzen oder dein vorhandenes Online-Business umzustrukturieren, wachsen zu lassen, dann geh jetzt auf mentortalk.de da kannst du dich kostenlos mit deiner E-Mail-Adresse registrieren, im Moment haben wir noch keine festgelegten Sendezeiten, sondern wir werden das immer, je nachdem wie es sich gerade ergibt, situativ entscheiden und wenn du dich da aber eingetragen hast auf mentortalk.de dann laden wir dich per E-Mail ein, dann erfährst du dann und dann um die und die Uhrzeit gehen wir wieder live und dann hast du die Möglichkeit uns live deine Fragen stellen zu können und so weiter und so fort gewissermaßen ist das auch ein nagelneues Start-up und insofern kannst du dann auch von der Stunde Null an dabei sein beziehungsweise solltest du zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen dadurch, dass all diese Podcast-Folgen dauerhaft abrufbar bleiben werden kannst du ganz gleich zu welchem Zeitpunkt du einsteigst einfach praktisch zurück auf Null gehen fängst mit der Episode Null an wenn du das möchtest eins zwei drei manche Episoden bauen aufeinander auf andere Episoden die werden vom Inhalt her weitestgehend in sich abgeschlossen sein und da ich sehr darauf achte dass jede Episode einfach passend beschriftet überschrieben getagged ist kannst du einfach in die Episoden einsteigen wie es für dich passt so jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr schauen ungefähr 47 Minuten oder so was wow ich hoffe ich konnte dich in diesem Video ja das ist jetzt spannend ich habe gerade festgestellt die Karte von der Kamera ist voll das ist mir glaube ich auch noch nie passiert deshalb gibt es jetzt an dieser Stelle im Moment nur ein Audio und wahrscheinlich werde ich an dieser Stelle jetzt ein Standbild einblenden cool ja wenn man sozusagen live ganz gleich ob man das dann später hochlädt oder direkt live macht irgendwas produziert begegnen in einem immer wieder Situationen die man so noch nie erlebt hat und die große Herausforderung besteht einfach darin damit passend umgehen zu können insofern du kannst dir jetzt einfach vorstellen dass ich dir jetzt normalerweise mit laufender Kamera gesagt hätte schön dass du dabei warst ich bedanke mich sehr bei dir für deine Aufmerksamkeit und je nachdem wo du dieses Video siehst oder dieses Audio hörst zeig mir mit einem Daumen hoch mit einem Like mit einem entsprechenden Kommentar dass dir dieses Video dass dir dieses Audio einige wesentliche einige wertvolle Impulse geben konnte und schreib sehr gerne in deine Kommentare was dich vor allem interessiert hat und schreib mir sehr gerne auch in die Kommentare was du dir zusätzlich wünschst vor welchen Herausforderungen stehst du im Moment welche Probleme die ich vielleicht lösen kann hättest du so weiter vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bis in Kürze ich bin Matthias Schwem Selbstbewusstseins Trainer seit über 23 Jahren und seit dem Jahr 2003 lebe ich komplett von meinen Umsätzen über das Internet falls du diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltest dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dein Vorteil du wirst dann sofort informiert sobald ich wieder live gehe sobald ich wieder ein Video sobald ich wieder ein Audio hochlade insofern like bitte abonniere daumen hoch kommentiere und bis in Kürze ich bin Matthias Schwem bis zum bis zum Bis zum nächsten Mal.